So, dann schauen wir mal, was wir mit Benni anstellen. Medikitt haben wir verbraucht. Ein bisschen Leben hat er ja wiederbekommen. Aber nicht so viel. Und ab geht's! Und da ich die Jungs und Mädels auch nicht zu sehr auseinanderreißen will, tippeln wir vorwärts. Wie wir es bereits beim Tor beobachtet haben, scheint die Flora in der Nähe der psionischen Felder, die durch diese Systeme verlaufen, zu gedeihen. So, Feuerschutz. Feuerschutz. So, Amanda geht auch dorthin. Du bleibst einmal nachladen. Waffe geladen. Feuerschutz. Der Avatar geht hier vorne hin. Feuerschutz. Lukas geht hier hin. Auch mit Feuerschutz. Das war's auch schon wieder. Framerate kriegt sich auch gerade wieder ein. Dann schicken wir jetzt mal Benni da hinten hin. Lassen alle jetzt auf Feuerschutz und nachladen. Und Benni wird dann gleich erst mal seinen zweiten Scanner hier vorne anschmeißen. Wobei, äh... Ein bisschen weiter vorzüglich können sie noch. Ich bin bereit. Schon geht hier hin. Verstanden. Rücker aus. Er kann kostenlos nachladen. Also bleibt auf Feuerschutz. So, Feuerschutz. Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Gebe Feuerschutz. Ich bin dabei. Okay. So, Benni, dann... Bitte einmal scannen. So, wenn ich lade. Kein Problem, was... Ich tippe mal einen weiter nach vorne. Tf geht hier auf die Ecke. Genug erwartet. Scanne Gebiet. Bin unterwegs. Gebe Feuerschutz. Langsam und vorsichtig arbeiten wir uns voran. So, dann schicken wir die beiden Schafschützer immer da vorne hin. Lukas König rennt hier in die Ecke. Schon unterwegs. Und Igelei geht dann mit. Bestätigt. Begebe mich zum Ziel. Was sehe ich denn von da aus? Ah, da. Ach, die Scheiße. Berserker. Der Berserker. Voll aufs Maul. Sieben, neunzig. Ach, geh mal auf den drauf. Okay. Im PVT nichts bringen. So, Sean ist dran. Ja, sei doch mal in Rage. Dann nehmen wir dich jetzt mal raus. Den hat's weggefegt. Oh, okay. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. Sobald Dave im Nahen Angriff gibt es ja auch noch Flammenschaden Das wird das Ende sein Die machen die Berserker schon mal keinen Ärger mehr Och verdammt Der tat weh Aber er kriegt jetzt den Schaden von der Von dem Impuls Weich bitte aus Vielen Dank Er kommt nicht in uns rum Immerhin etwas Immerhin etwas Oh da nur noch ein Wenn sich die Framerate wieder verbricht hat Steht jetzt der Berserker 64% Und einmal quer durch Sehr schön Und der genaue Anstoß Gut Gute Arbeit Jetzt komme ich Gebe Feuerschutz Befehl bestätigt Und einmal kurz nachladen Alle sind schon im Bereich So unsere Scharfschützen müssen auch weiter voran Zu Dave Tempo So ich weiß nicht wie viele noch kommen Ich glaube so viele sind es nicht mehr Oh wieder den falschen angetickt Bist du da hinten auf die Ecke Wird gemacht Was ist das? Eine Art menschenpferd? Die Anzahl der vermissen Meldungen war schon Jahre vor der Invasion sehr hoch Waren sie das auch? Vielleicht wollten sie das für irgendwelche psychologischen Tests nutzen Waren sie das nicht hoffen Rücke zur Zielposition vor Scanne Gebiet So Kollege König Geht dann erstmal Hier hin Okay Und dann haben wir noch Eagle Eye Geht dann in Deckung Position bestätigt Mal sehen was wir jetzt noch in Gegnern erwarten dürfen So kommt Dave dran Der geht hier oben In Deckung Und da sehen wir schon Mutons Und Archos Na der Archon ist mir ein bisschen zu weit weg Wir versuchen es lieber mit dem Muton Schöner Treffer Munition ist knapp So Benni geht da hin Und gestaltet er bitte diesen Muton aus Vielen Dank dafür Das war echt gut Die Munition wird knapp Beförderung bringt dir jetzt auch nicht mehr viel Junge Flankieren wir den Kollegen doch mal Okay Nur noch der Archon Feind ausgeschaltet Feuerschutz Die beiden Scharfschützern Na los Zeigt euch Ich rücke aus Bestätigt Überwachung läuft Auch auf Feuerschutz Und auch auf Distanz Feuerschutz Mir entgeht nichts Lass ihn kommen Auf wen schießt er Er macht gar nichts Das kann ich machen Okay Sei es Vielen Dank.